Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hidlmark und ich zeige euch heute, wie ihr auf Facebook alle eure Freunde zu einem Event einladen könnt. Was ihr dazu braucht, ist einfach nur Google Chrome. Und da gehen wir einfach mal in Google auf Suche und geben Chrome Extensions ein. Da werden wir eh schon direkt von Google weitergeleitet auf die Extensions Seite. Dort gehen wir Facebook Invite All ein und kommen schon mal zu einer Riesenseite, wo wirklich viele sind. Und da gibt es die Erweiterung Facebook Invite All. Ich stelle euch natürlich direkt den Link unten in die Kommentare hinein, dass ihr ihn einfach anklicken könnt und das sofort runterlandt. Drückt ihr einfach auf Installieren bzw. Hinzufügen und dann findet ihr hier oben rechts das Symbol. Ja, jetzt gehen wir zum Beispiel auf irgendeine Veranstaltung, drücken Invite, sprich Einladen, Freunde auswählen. Jetzt wird das geladen. Ich drücke einfach nur auf dieses Hakel und ihr seht schon, es werden die Freunde markiert. Das Ganze ist fertig. Ich drücke auf Cancel und kann auf Send Invites gehen. So einfach funktioniert es, auf Facebook alle eure Freunde einzuladen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Tipp helfen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video.